Hahahaha Da hab ich so ein Alli-Wertziger gesehen Und dann einer so sagt So, ich glaubte nicht, dass die Twin Towers von denen explodiert sind Weil nur eine Bombe gezählt hat Und sie werden so rausgeschmissen Und du musst das selbst nachstellen Was ist da? Muss ich das nicht drehen? Ja? Was ist es da? Aufseits kommt es nur seitlich Weißt du, Mann? Mach nichts weg Okay Boah Jetzt sind wir gleich der Scheiße, Mann Du dreckige Fotze Da hast ein Dreieck Ja Boah, Junge Ach so Du warst die Erste, die meine 40e Woche Ja 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 Ich bin kaputt Ich bin kaputt, der ist kaputt Kaputt Sieht aus wie Kupfer, oder? Oh, Design-Nappe Ja Ja Ein bisschen vorne drauf Oh, das ist ja hier vorne Ich glaub, sie sind im Hochhaus, oder? Das sind das Bilder an den Fenstern Ja Wir sind im Keller Ja Ja Nicht mal ein LCD-Display aufpassen Aber das ist ein Kavir Nein, das ist ein LCD-Display Ich weiß nicht, das ist gar eine Ede-Musik Ja Do you play? Möchtest du was zu essen? Dann stellt ihr ihr so Schale Obst hinten, die auch mal digital ist und so Was ist das? Warte! Erst sagt ihr ihr Sauf nicht so viel Und dann gibt ihr ihr Ja Das ist ja so Ich weiß nicht, du brauchst Ja Du meinst auch mit der Pfiffe Du willst die Bogenküge Und so schau Nein, das ist schon mal Einfach nur so Einfach nur so Einfach zum Schmecken Okay Zum Gut Schmecken Okay Oh, da hab ich auch was gegen diese Vorschau Da rein in so Threads und Dähens Ne? Deutschland hier Schreibt was rein und so Und da rein und so Ja, ich kaufe nur auch nur Bier um besoffen zu sein Ich weiß, wie es schmeckt �� Warten Kann ist? cod Ich gimme dir eine Hand Ich uzau mich dir eine Hand Da ist das Zimmer. Zieh rein. Hey, hey, hey. Ah, wo? Your Xbox and stuff? It's important that you know you can leave at any time. Why is it so good? Komm, get out. I know what I said. The hallcouple is in standby to take you whenever you want to go. Could you just open the door? Why is it so mysterious? Why is it so mysterious? He has to put a special display in the air so that it goes into the air. Man, it's ok. The computer's right now. He wants to be true. It's ok, right? I'm not scared. I need to f晚上. This is your turn. My so-called ideal needs to be... Der wird noch in einem Rügel, ich furze los. Das ist jetzt kaputt. Furzen Sie los. Alle wieder abgeschlossen. Wer kommt schon in dieses Haus? Wer? Du weißt schon, was die Realität ist. Was ist das Haus überhaupt? Weil es sexy ist. Die schwebt in der Luft, wie diese Dings just goes into. Dieses Haus ist in einem Bunker, welches sich auf einem alten Kratzer richten lässt. Im Keller. Im Keller. Von meiner alten Kratzer. Auf der anderen Seite der Welt, was? Stimmt. Do I need this to you? With... Was ist das? Ja, Stangen. Normalerweise kommt da ein Rädchen drauf, ob die Leute stehen drauf, die Ladies stehen. Die Leute sind auf dem Kratzer. Ja. Du bist ein Sadist. Ich bin Geld. Was das bedeutet? Es bedeutet... Warum? Wie kann man das nicht besser? To please you. To please you? Wie? Ich habe Regeln. Wenn Sie sie folgen, ich will Sie Sie. Wenn Sie nicht, ich will Sie Sie. Ich habe eine fettige Nase. Ich habe die erste Folie mit dem Auge. Ich saue mich nicht mehr an. Wie habe ich denn gerochen? Ich habe sie. Kommt rein. Sauerstoff gehört um 3%. Psst. Er zieht sich auch bewusstlos rein. Psst. 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 Was ist immer so scheiße? Für was zeigte ihr das Zimmer, damit sie dann so die Treppen runtergehen sollen? Ich glaub, ich weiß nicht, ob ich damit was zu tun haben will. Muss mich schon lernen. Das war quasi erst zu weinen Zeits. Muss ich nicht schauen. Ich liebe diese Mikroche. Der Film ist von der Bleistift-Company gesponsert worden. Was ist das? Die Rauchen ganz besonders drehendig sind. We have to be honest with each other. Was ist denn der Leiste, der jemanden drücken gehalten hat, was ist der Video war? I wouldn't know. What do you mean? Because I have been... You're still a virgin. I've just shown you. I know, I've just... You've done other things, right? Bitch. Du kannst deinem Hure sein, auch wenn du nicht umfroh bist. Dreckige Hure. Dreckige Hure. Wie ein Trecker. Dreckige Hure. Dreckige Hure. Dreckige Hure. Dreckige Hure. Dreckige Hure. Verdreppete Hure. Aber noch, wo es ist er sein. Mama, Papa, ihr habt ihr euch kennengelernt? Ich schaue meinen Fickschwatz in deine Fick-Arsch-Fotze. Ich schaue meinen Fickschwatz in deine Fick-Arsch-Fotze. Fick-Arsch-Fotze. Na, ich schaue Fick-Arsch-Fotze. Ich schaue meinen Fick-Arsch-Fotze. Und Fotze. Haha, da kommen nur 14, Lobs. Gute Arsch-Fotze. Das geht nicht mehr ab. Jetzt sieht ja aus. Hey, sie ist super, sie mag sehen, wie man sich aussieht. Sie ist mit den Sachen auf die Welt gekommen, okay? Geht's noch langsamer? Hey, ist es romantisch? Oh ja, genau, wo sind die Kerzen, die immer so alles romantisch machen? Kinder müssen eigentlich auch romantisch sein, weil die so langsam sind, ne? Das ist noch romantisch. Ne, ich brauch mal nicht auf, ne? Komm her, Alter, ich hab doch... Hast du es gehört, über Zaffir, das ist, oder? Ja, und sie sind aber noch nicht fertig gewesen. Ja, aber ich will die Becken klauen. Mit Stickstoff. Jetzt muss er sich langsam ausziehen. Der hat ja nicht Geld. Der liegt da und macht keinen Sinn. Der macht sie die Schublade. Schon kattet, oder? Wirklich schon, ja. Ey, das ist halt nur vorteil. Ich brauchst, dass sie die Schublade aufnützen. Was hat er da gefressen? Ja, genau. Ich brauchst, wie sie schaden ausziehen. Ich hab das Video noch gleich gesagt. Versuch nicht zu kurz. Hier ist dein Handtuch. was hat er mit der Schublade pariert? So richtig geblattet! Der ist so richtig feucht, das hat, so zu seiner Kühlschrank hatte, wenn sie gefroren ist. Boah, dann kommt sie wieder zu, ich glaube nächsten Tag, war der, ich hab deine zu am Ende rum. Der Vater hat 50.000 Dollar Kellner gehabt. Mama, ich hab mal einen Job gefunden. Ich bin jetzt richtig reich geworden, bei dem ich richtig viel. Vater, 10.00 Uhr später kommt es. Sie haben keinen Job, das war mein Scherz. Ich hab schon so viele Sachen auf Kredit gehauen. Keine Ahnung, das ist eine alte Ehepause, 50 Jahre Hochzeit. Das war alles nur dreckig, ich hab den Tisch für 50 Jahre zum Spaß. Das ist ein Waxi, die da drüben sind, die schauen rüber. Ich hatte schon wieder so eine Schlange, die mit dem Ahlspark im Waxi. Du bist in Waxi, die da drüben sind. Alle sind Wurrensünde und Fotzen. Als ein Wurzel und auf eine Fotzen. Zu hin Wurzen ist ein Fotzen. Das ist ja gut für so eine Sengebörse. Ja, wir würden dich bei uns haben, wir helfen dir gerne, so eine Fonze zu verhindern und falls du eine dreckige Fonze wirst du finden, der für dich so gut ist, aber dann kostet natürlich Geld. Hier kannst du deinen Fick-Radius einstellen, in welcher die du empfällig bist. Das geht ins Wasser. Boah, ich hab einen Arsch. Ist schon wieder am Wochenende, by the way, ja? Ach so, schon wieder, war ich gerade eh. Ja, das ist ja das Ding, es kommt ja Montag, diese Freitag, Samstag, Sonntag, dann kommt Montag, dann fängt die Freitag, Samstag, Sonntag an. Dann ist ja klar. Boah! Es sieht aus, als könnte man sich da sehr reich verletzen. Was macht ihr jetzt? Ja, was macht ihr beim Duschen? Ist das Baden. Ja, ok, aber hat der Ex in der Dusche, oder was? Ich hab gebadet. Ja, aber was macht ihr beim Duschen? Was ist das? In der Dusche? Wo hast du? Hat der überhaupt eine Dusche? Weiß ich nicht. Mit so viel Geld? Ja, das heißt nicht, dass er eine Dusche hat, ja. Ja, gut, aber. Wahrscheinlich hat er eine Dusche? Boogie-Bein-Wasser rauskommt. Du hast noch nicht mehr, gell? Ja, diese Vorgestaltung in der Dusche. Boogie-Bein-Wasser rauskommt. 30 Milliarden Löcher, wo Wasser rauskommt. Zu ihrem Duschkomfort. Dann geht er zu seinem Mac Notebook, mit dem neuen Mac-Dingel, so. Braut, mach auf. Komm, Wasser rauskommt, aus dem Dingel. Oh! Der Fässer, ich schieß das Bein. Hey, gebt ihr das? Davor hat er noch, äh, Dingens, ihr weißt schon, Seil und so Scheiße eingekauft. Aber jetzt nützt er extra einer seiner Krawatten. Okay? Guck mal nach, ja? Sehr interessant. Ich geboren. Richtig, ja. Warum musst du frossen? Sorry. Er hat nichts gemacht. Er hat nichts gemacht. Er boostet. Er boostet. Alles aufgepasst. Ein riesiges Plazebo. PLAZEBO. Schau, den Ding ist das auch gar nicht. Normalerweise, Ja, tuhst du es irgendwo fest. Die Arme oder so. Was soll die Scheiße? Ja! Er ist reicher, aber er hat doch die Mutter! Tag, die Bilder, Mann! Au die, au die, au die Dinge! Oh, er hat immer geirrt. Das war's, ich bin nicht nur a Shee. A Shee? Vielen Dank. I smell my son's semen on your hands. I can't take it to drive at home. Du musst sie fahren, ne? Ja, der Flugzeug. 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 Was ist das hier? Oh, gar nichts. Lüten, oder? Ja, tote Sachen sind natürlich. Ja? Please meet you. Thanks so much. Please, please. I think for the most of you. Fuck you. Warum war die Huber da? Stell dir vor, der hat dieses Gebäude da. Und er fährt nicht wirklich. Das ist so im 70. Stock. 69 Stock weg ist da gar nichts. Einfach nur Sement, okay? Und ganz unten kam wieder raus. Ich weiß nicht mal wo die sind. Ja? Ja? Aufgerissen. Fächertag. Ja? Was geht abmal? Hat die nicht gearbeitet? Muss die nicht studieren? Wann und wo? Ja, stimmt. Ja. Das ist nicht so wichtig zu studieren. Die schwitzt so. Die schwitzt so. Ja? Ich bin verrückt mit dem Mark Zuckerberg. Ja? 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 Ich lege den Körner, die Möse. Ich lege den Körner, die Möse. Ich lege den Körner, die Möse. This is what I want. I want it with you. Nee. Du brauchst jetzt auch ein Krieg studieren, weil du bist jetzt ein reichen Kerl. We slept in a six-mal in the end, so... Du brauchst noch nicht mehr was ans Gag. Do I don't think I don't want to do the sleep-and-arrangements? Do you have to do the sleep-and-arrangements? Why? Because I'll be your sex slave? I don't want to do this here. What's up? No, you know, I think I'll hold onto my free will a little while longer. Thank you. Actually, you know what? I would like to go home. Can I go home? A young lady, what's right? Oh, man. Jetzt steigt ein Kitt rein und hier so mit der Jacke. Ich weiß nicht, weil mir auch so ein dicker Runden-Bubbel ist. Nee, ich kann nicht. Mach mit dem. Die sind im Flugzeug hergeflogen, um mit dem Auge zurückzufahren, 15 Zeug in der Flugzeugkaufung. Schwanschall. Ich denke, dass wir das Gebäude wieder sind. 50 Flugzeug gehoben, etwas in der Dünffelhandlung, um die Gefahr klar halten. Boah, Entschuldigung. Ich verstehe nicht so eine Scheißhandlung. Ich weiß nicht. Oh, die, da hinten schlackt! Das sind dann die Geraden, die weichern. Ich hab Bauchgefühle. Boah, ich geh nicht hin. Ich hab Bauchgefühle. Alles zu mir. Ich schlägt sich so eine Bauch. Du musst Gefühle haben. Dumme Höhepisch. Ich hab Gefühle, dass du gerade wieder schnappst. Ich hab Gefühle. 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 Warte, erst will sie nach Hause. Jetzt läuft's wird hier im Wald. Ja. Wahrscheinlich so eine Motor oder so eine Scheiße. Weißt du, das Ding bei Trimax ist, die bauen einfach nur Scheiße. Das ist super lustig. Aber die versuche es und scheitert total. Das ist super lustig. Das ist super lustig. Das ist so, dass ich sie selbst untergebrachte. Das ist anders. Weil ich so groß und scheiße zusammen hatte. F***, you will too, we'll see. Was, wenn der Typ sich scheiß nicht? Ich hab das mit mir geholfen, wie ich so schwimmelte mal. Ich hab das ja wieder an den Kindern geholfen. Kotz die Scheiße aus. In dem Hund von den Kindern. Die Borden haben sich verkehrt. Wie süß. Ich gebe euch auch was. Pfff. Ich stehe hier vor einer Armpion. Kotz die Scheiße. Kotz die Scheiße. Jetzt wird sie in der Stadt wieder recht auf dem Hund gehst du's zu. Kotz die Scheiße nur mit dem Arschpotzen-Patent. Was ich mal für Uhrzeit machen. Das würde mich ja allein wenn ich das wissen würde. Ist das so safe? Alles gut, was denke ich. You're safe. Au Apple. Der hat sich nie verliebt. Echt ist. Nein. Das ist für einer. Das hat sie bekommen von uns. Du musst jedes Mal 50 Euro zahlen. Wenn sie sagt, ich brauche den Laptop jetzt nicht. Man könnte ihn ausmachen. Ich schicke uns. Dann soll ich gleich knaufeln und wer hat ihn da? Please. By the way. No, I don't know. Oh, um, no. This is, these are my thesis notes that I left in this school. Oh. Weißt du, wie das wirkt? Wie so eine Sitcom ohne Lacher. Es ist einfach scheinlich hier. Aber siehst du nicht tot. Das heißt, es kann nur ein bisschen an Erster. Das ist jetzt so genau. Oh. Sie stört. Nein, stört sie? Nein, sie hat doch einen Drogenjunk. Komm doch her. Und was macht sie? Komm doch. Los, zwei. Das ist gut. Das ist gut. Dankeschön. Dann kriegt sie auch Bauchmuskeln. Dann kriegt sie auch Bauchmuskeln. So wie er. Wenn wir Druck kriegen, dann Bauchmuskeln. Okay? Mach mich scharf. Mach mich scharf. Und dann wird er mit an den Schänden geküttet, weil dann fliegt so viel Blut. Oh. This laptop is yours. Oh, er hat Hertha-Riff-Scheiß geschickt. Was ist das? Ich erfahre ich jetzt, wie sie heißt. Ja, wir gehen jetzt Zeit. Sie hat ihren Namen, gell. Oh, I hope. So, wie er sofort antworten kann. Ja, wir arbeiten. Das ist ja gleich. Ich habe sich gerade jetzt gehört, dass schon gerade alles auseinandergebracht hat. Schauen wir es in den Chats. Ja, aber die Schreise süße so. Richtig. Aber Ding ist. Der hat extra einen Vertrag ausgearbeitet. Ja, ja. Ich habe mich wenigstens. Ich habe es mal zu machen. Ja. Da sind wir gar nicht mehr nach. Wie die Börse hat das denn jetzt denkt. Ja. Ich habe es schon gedacht. Ich habe es schon gedacht. Ich habe es noch nicht gedacht. Ich habe es noch nicht gedacht. Ja, es geht nicht. Ich habe es noch nicht. Ich war doch nicht. Jetzt mal was im biologischen Bereich. Ich bin Sexkladen. Oh, was ist das? Tschüss. Ach so. Was ist mir knapp vor? Ich stehe da vor. Nein, das ist nein. Was ist das Story? Ich habe es mir schon mal gesehen. Ich höre den Laptop extra auf, wenn sie ein Buch riecht. Ich verstehe nicht den Geld. Ich habe es mir schon mal gesehen. Ich habe es mir schon mal gesehen. 50 Punkte sagte ihr, das ist noch flüssig und so weiter. Und dann sagt er ihr, was sie suchen sollen. Ich habe es mir gar nicht gesehen. Was hast du gesagt, dass ihr nicht holt. Ich habe es nicht gegeben. Du hast nur gesagt, dass ihr nicht holt. Ich habe es immer einen Hals. Aber warum bislang dann? Da war es nur so Geld. Fade, oder? Ja, ich bin deine dreckige Wurzeln. Alter, das macht mich fertig. 40 Punkte lang gießt ihr hier vor, was diese unterwürfige Tussi machen soll. Was sag ich so? Ja, das ist unterwürfige Tussi. Polizei rufe! Und da ist ein Wurzeln. Schade! 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 Dreischel mich, das ist so scheiße. Er vergesst die Liga, Mensch. Er vergesst die Liga, Mensch. Er vergesst die Liga. Er hat eine Schrift. Hast du gesehen, was da gerade war? Siehst du, wie viele Millionen Farben dieser Film hat? Dass er solche Abstufungen hat? Oh ja. Hä? Äh. Nee, eigentlich nicht. Das kann ich doch. Hast du, du meinst, ich fliege? Was? Was? Das stimmt, das ist schon krass, dass man das hier hat. Ja, aber hier. Ja, nein, nein. Es werde ich weh. Auf kommen wir fast da. Bei uns sieht total scheiße aus. Ich muss wieder weggehen, dann sieht man das ein bisschen. Ja, betont dich. Dann ist die Liga. Oh. Kann ich mich ausziehen? Sie hat den Vertrag gelesen, hat viele Tage gebraucht, hat gegoogelt, hat viele Tage gebraucht. Sie wird noch nicht kapiert, was es hier nicht um eine Liebesbeziehung geht. Mal davon abgesehen, teilweise hat sie die Wäsche rumgetragen, während die Punkte weitergelesen haben. Vielleicht hat sie es eingescannt und vorlesen lassen, die gar nichts mitgekriegt. Äh. Hä? Ich muss wohl aussehen. Du kannst mir später noch ein paar Bleistifte vom Supermarkt mitbringen. Was macht sie? Was macht sie eigentlich gerade? Warum entsteht für uns in der Schatten? Was macht sie eigentlich um so zu Hause? Was macht sie jetzt mal nicht mehr? Was macht sie eigentlich noch bei mir? Was machen sie denn? Was macht sie denn? Ich weiß nicht, was macht sie denn? Grey, 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 und wird auf zwei Zeichen getroffen, links und rechts, direkt vom Eingang, wo Grey außen drüber steht, und ich glaub nicht genau wissen, wo sie die Bogen sind. Er hat zwei so Pseudon, wo er drauf schaut, und dann kommt die ganze Zeit mit NDD-Buchstamm sein Name, Grey, Christian Grey, das rattert immer so runter. Christian Grey, Christian Grey, 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 Chris Radfield, was ist eigentlich nicht Chris? Grey, 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 wie ist es? Oh, die Tür macht mal nicht zu, oder? Nee. Was soll das für ein Teil sein? Ich will, dass da ein Apfel in der Tür ist. Du darfst in der Tür. Soll es jetzt lustig sein? Impressive. I've done this before. Hold on, say this page, Steve, I mean. Oh. Ms. Steele. You're me. Page one. Strike out my old address and replace with a new one. An oversight. Delete it. Page three, section 1520. The submissive shall submit to any sexual activity demanded by the dominant and shall do so without hesitation or argument. Uh, turn to page five. Ich verstehe nicht. Aber du hast ja von da geschrieben, ich verstehe nicht. Ich glaube du hast ja von da geschrieben, Das hätte gelacht von euch, wie ist es schattet? Ich verstehe nicht. Doch, das wäre ein Dart. Und ich höre nicht. Ich höre nicht, dass ich rauskam. Ich verstehe nicht, dass ich mich noch nicht versäuberte. Absolutely not Considered and go What are bloodlugs? Oh Gott, das ist mir jetzt voll peinlich Sie wissen schon, was wir nebenan alles mithören können Was kommt in der Küche? Die ist nicht gerade weit, ey Das ist gut für quite a few non-disgründigen Ich muss drauf sein Das ist auch nicht weit, Freunde Was ist die Küche und das Klor trennt? Das ist so eine dünne Japanische, die Papier macht Das wollten wir nicht nur sagen, okay? Das ist mir bei Ich muss schnell so Bier und Müll Ich habe hier auch nicht studiert Wie heißt das? Wie werden wir den Bier und Müll mit dem Papiermüll trennen? Pssst! Lass mich hier den Bus, lass mich hier den Bus Sie muss nacherst Wormbadge und Elbows Oh ja, Wind in meine Elle ab Oh ja, richtig gut Was ist denn es? Geht und weiß? Ne, Stimmt, eigentlich gibt es so Dinge Du bist nicht auch Bist du nicht so Particularly so Ich bin mir beim P-Log Geht und dann Geht und dann Da geht es mir I go through Und ich swine Aber Once a week 3 Ich schüsse Da läuft sie so Sie sind nicht so unterstricht, die sind immer bei der P-Log Ich kann ja sehen, er läuft zusammig. Ja, ja, ja. Und er ist so ein Dritter. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Ja, 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 ja. Und einerseits soll es ein professionelles Meeting sein, andererseits hat es rotes Licht, okay? Wie sollst du das Scheiße sehen? Das ist schlecht für die Augen. Sie sind sicher, ich kann es nicht schicken. Ich kann es nicht schicken. Wenn will ich, dann? Soon. Maybe. Das ist gut, dass ich die Frage mache. Ich denke, es wird gut sein. Ich bin nicht sicher, dass ich die Option habe. Ich bin nicht sicher, dass ich die Option habe. Ich bin nicht sicher, dass ich sie mit ihm bin. Das ist geil mit diesem Puschel, das immer vom Gesicht ist, da müssen wir rumlusten. Ja, das ist die Fähne studieren, weil es auch plötzlich hat den Abschluss. Geht halt so. Du musst in den roten Räumen sein, dann hast du deine Augen gelassen. Du musst das Womblein herumflegen. Ich stelle die Womblein, du läufst mit diesen Mützen rum, ich höre mit seinem Puschel im Gesicht. Ich bin wohlgehebend. Ich bin nicht gut. Erstens, ich bin nicht gut. Ich bin so hot. Ich bin so hot. Ich bin so nice. Ich bin so schön. Ich versteh was! Was aber? Wo ist denn der Beihalke? Wenn es das so kommt, dann sind wir hier und dann alle Türen zuhören! Alle aus dem Löffel! Ich muss das so schön machen! Ich muss das so schön machen! Ich muss das so schön machen! Oh Gott! Komm fort. Komm fort. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Okay. Ich bin nicht mehr. Und du hast die Gehose, ich kriegst einen Schönenhofen Geld dafür. Was macht die Vorzellen? Aber das muss romantisch sein. Danke, 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 danke. Danke. Ich bin so glücklich. Danke. Danke. Okay, das war die Transpaccia. Ja, danke. Das war's. Ja, danke. Die anderen Nacht, ich war total, danke. Ich bin Christian Grey, als Freund. Nacht anstatt. Ich bin bestimmt nicht mehr. Frage 8 , was ich in der Regel mit Ihnenkre? Ich bin cookies. Und Sie bitten,anciaäter zu demHmmbelägen. Ja, okay. . Nein, nett, Andreas. So, how long did you meet each other? A few weeks now. We actually met when Anastasia interviewed me for the student ministry. Picture please, Mr. Gray. I swear to God. I swear to God. I swear to God. Big smile to God. Jetzt kann er auf einmal lachen. Hast du's gesehen? Ja, kann ich machen. Ich muss zusammenschauen. Das ist aus dem Verbrechen. Mit Champagner. Scheiße, klar. Nein, das ist wie bei einem Brett groß. Das ist wie bei einer. Das ist wie bei einer. Das ist wie das Neue Testament. Ich versteh's. Ja, du brauchst nicht so gestritten. Wir laufen nicht an. Genau. Und das muss ganz speziell geschoben. Nicht zwei Grad hinten. Sonst geht das nicht. Schmeckt aber scheiße. Okay. Ich hab meine Scheiße. 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 Das ist super. Kann ich machen? Das говорige ist mir regeln. Keine Scheiße. Das sind ganz starke. Es ist ein cool, cool Sex-Tuber, aber dann tut er ja trotzdem mit der Herregung. Es ist ein cooles Sex-Tuber. 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 Es ist ein vieles Sex-Tuber. Es ist das Wette, was wir tun. Es ist besser! Es war für die Nacht. Das ist Kunst, das ist ein Stein. Du siehst ausgewegen, als könntest du eine Platte auf den Tisch abschalten, die will umfallen. Ich bin nur in Ordnung. Weißt du, mich macht das gar nicht tierisch an, ich möchte die Einleiter rausschlagen mit meiner Haube. Ich möchte die Einleiter rausreißen, drauf fixen und sie wieder reinstecken und anlehnen. Nimm dich. Geht los mit AlienFX. Strategischer Abschlussreker. Da kommt hinaus den Loch. Geht das aus diesem Raum. Ja, gib ihm diesen Raum. The room. The room. The cat's room. Immer wenn da uns, oder? Der Saumstruf gehört vor dem Bier. Immer wenn Garts Gehalt zu hoch ist, der kommt, nein, 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 nein. Ich bin geschützt. Ich bin nicht vonzintret, Garts. Du musst du in Konzentrationslager gehen. Wie langsache. Du bist doch... Du, 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 du. Ich hab nur als die Lokomotive mit zu seinem Kopf auf so'n Transformer gesehen. So ne pelige japanische Fäckchen. Ich kann wirklich kaum... Ausstattung. Ich versuch. Du hast... Gezei die Erdrichtung, naja, hat er sich jetzt umgezogen von Nichts zu Nichts. Er heiligt es immer. Das ist eine gute Frage, gut, was könnte ich dir Angst haben? Ich habe Angst, ich will es nicht mehr, das ist mein Wunderschön. Aber nein! Ich hab Angst, ich habe Angst, ich will auch nicht mehr. Lassen Sie den Film einfach weiter laufen, um hier schon mal zu fahren. Hey, bist du jetzt lustig, Scheiße hier zu holen? No. Du siehst, du bist jetzt hier in der Hand. Was? Die weiße Angst ist in deinem Kopf? Das wurde geschnitten. Man hat einen Augen gesehen. Oh geil, boah. Was ist denn sehr? Es geht aber auch um den Limo. Ich führte es auf. Oh ja. Wie er geschnitten? Stimmt, wir haben eine 5 Minuten kürze Forschung. Ich hoffe, das stört dich nicht. Diese schreckliche Zinsur. Sonst hättest du viel Gutes erfahren in dem Film. Wenn irgendwas am Lachen passiert, oder den Hals reichert, wenn er hier an den Hals kotzt, dann auch rät. Mörder kommt. Oh, ich war. Die tut die Kopfer wacken. Was? Was ist das für Katz, Mann? Verstehe? Ich glaube, sobald du zu viel Sex zeigst, im chinesischen Fernsehen könnte, das ist hier die chinesische Diktatur, die du benutzt. Deswegen sind die Schnitte drin, ja? Und der Heilige empfühle ihn. Da kommt sie jetzt. Der chinesische Diktatur, ja? Was weißt du das? Die haben dort mal übernommen. Haben die echt Demokratie? Nein, das sind die Diktatoren, aber die bauen keinen Scheiß. Nach dem auch so. Ja, also wir haben die Diktatur, oder? Die tun sich dann aber schwer, wenn man sich halt gut sagt. Ja, das stimmt. Ja, aber über Nordkirche regt sich ja jeder auf, aber China ist direkt runter. Ja, aber ich meine, die Leute außerhalb von China, weißt du mal, da beschert sich keiner. Also die haben in China auch nicht so gut wie nie irgendwas. Ja, stimmt. Genauso wie die japanischen Politik, kommt auch mit. Ja, nie irgendwas. Also die hat jetzt, ey, die hat den Rocker ein, zwei Stunden da rumgegangen, okay? Das ist jetzt total fertig, ne Mühe. Der hat mich so breit schon geschmissen hat. Und dann haben wir halt, da war ein Porno-Suppersoll. Ich hab mir aber hinzu, wie ich vorhin Porno gedreht. Dann geht der Treibdisch und wichs ich ja noch. Die schlappe hätte ich gerne. Wichs so, liest sich gerade das D-Buch, doch, ach, kommt auch das D-Buch. Scheiße, was steht denn jetzt? Das ist ja riesig. Wacht es nicht, dann hab ich auch Angst vor der Story zu reden. We got everything we need. Oh, Frank Sinatra. Das ist für den Halben-Bas-Konzern, oder? Der ist für Bio-Etherm. Ohne Schöpfle-Gas. Ja, great. Ich fäll' nur die Autogass-Werbung rein, der kam damals immer für Bio-Autogass-Werbung. Okay. Okay. Wir können Autogass-Aufgass. Das ist ja gesagt. Gass. Ich hab mal Auto. Oh, ich hab nicht so viel. Okay, Mann. Tanzen ist scheiße. Komm noch rein. Ein nervös Muldsch Muldsch. Ich mache mich auch schon lange nicht nervös. Was kriegst du nach? Von Smith? Agent Smith? Nein, ich meine Muldschmiff. So, ja, der ist scheiße. Wie ist der? Der Will Smith. Wuldschmiff? Ja. War das der? Hey, I have a boyfriend. Ja, viele Schaffspieler meinten. Ich habe mich nicht mehr mit denen sie gut sind. Aber es hat nichts damit zu tun, dass sie wohl schon ausmählen. Das ist mein Vater. Hi. Sie sind nicht mehr als Frau. Ich habe mir quasi einen Rückschauer. Ich habe mir einen Rückschauer gemacht. Ich habe ein Rückschauer gemacht. Ich habe einen Rückschauer gemacht. Meine Frau hat einen Liederpullig. Ich habe einen Liederpullig. Es wäre schön, wenn sie auch einen Liederpullig halten. Und deine Rückschauer. Ich habe einen Rückschauer gemacht. Ich habe einen Rückschauer gemacht. Ich habe einen Rückschauer gemacht. Ihr seid cool, gell. Aber da hast du schon gekriegt. Am letzten Tag hier, na? Was macht Ariel da? Mein Vater wohnt in Montessano. Ich kann nur Drogen nehmen. Weil meine Eltern dreist sind. Welche Part? Savannah. Wie schön. Although ich höre hier, es wird eher humid in Georgia. Ich kann aber jetzt schon gar nicht vorstellen, dass wir jetzt überhaupt kämpfen. Ich muss warten. Ich muss 30 Minuten warten, dann kann ich wieder schwimmen gehen. Wie schön. Du hörst das, Christian? Einige Kinder haben ihre Eltern jetzt und wieder zu besuchen. Ja, das ist ein Problem. Ja, das ist ein Problem. Ja, das ist ein Problem. Ich hab' innen. Das ist ein Problem. Ich hab' innen. Ich hab' innen. Ich hab' innen. Schlimmer, hast du schon mal erfahren, wie die hieß? 20 Uhr wieder ein. Ja. What do you want? What do you want? What do you want? Bleh. Was schon, das ist immer wieder. Hallo, Aufnahmegeläte, ich habe mir gerade Schokolade an meinem T-Shirt abgewischt. Was, was, immer wieder. Why can't we sleep in the same bed? Na, sie. Why won't you let me touch you? Er sagt immer wieder. Wie soll ich so sein? Aber, wenn sie nicht fragen würde, dann wäre die Story in zwei Minuten vorbei. Was macht der Not? 2 Minuten. Wo sind wir? Hey, wer hat's noch? Was ist los? So. Fatsch you is shitting me. Let me punch you. Let me punch you. Let me punch you. Fatsch you. Fatsch you. It burns? It burns? It burns. It's a rough story in life. That's all you need to know. Okay. Man. Oh, das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Was ist doch scheiße. Okay. Sie kriegt gar nicht mit, sie pett gerade ja. Ich glaube, es hat keinen Krampf in den Arsch bekommen. Ich glaube, er hat mal den Arsch bekommen. Ich glaube, er hat keinen Krampf in den Arsch bekommen. Wie ist der Arsch? Ich glaube, das wird eine Lösung. Da hast du den vielen Farbspektrumsdixis. Die Arschweizen geht so, man. Die Arschweizen geht so, man. Die Arschweizen geht so, man. Nix. Die Tränen sogar in die Spieler holen zu dreien. Ja, das sind aber die Kuten. Die Fleisch gleich noch. Tö, 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 tö. Ich habe nur gesagt, Gaspancho ist quasi die Salsa zu essen. Und du sollst mir ein Chips mit meiner Salsa machen. Ich habe einen Kaffee. Was hast du mir gemacht? Du bist glücklich, dass ich nur mit dir habe. Oh. Dann zieht es für ihre Eltern miteinander. Dann wünschst du dich. Ich will jetzt auch mit dem schwulen Hohensohn sein. Okay. Ich bin nicht schwul. Mit dem Hohensohn sein. Ich war mit dem Hohensohn. Glück, warum kein Blastift? Ich kriege festklebende Butterfix. Weißt du, was sie gerade denkt? Warum kann ich nicht mit dir zusammen sein? Warum kann ich dich nicht berühren, du Wurst? Wir müssen ja auch bestimmen. Weißt du, wie das wirkt wie Werbung für Whatsapp oder so. Wir müssen ja auch nicht mit dem Hohensohn sein. Von der Frau abgesehen. Von der Frau abgesehen. Die benutzt so ein Smartphone und das ist niemand. Welches Jahr soll ich spielen? 2005, oder? Oh, ihr würd mir nicht einen Namen sagen, von der Freund. Das ist doch ein Ziel. Ich wäre doch eigentlich fast. Oh nein, der hat Privat-Ferriere nicht mitgemacht. Boah, hast du nicht erzählt, dass du Blutkrebs hast? Wie sieht dein Gehirn aus? Weiß ich nicht. Ich will dein Schiffdecke ausschneiden. Steckst doch mit dem Poster drin. Schon selbst der und der Typ vom Buch wundert sich. Diese scheiß Displayzimmer, die zeigen uns das Telefon oder die Marke. Was ist denn da? Der hat immer ins Blatt gekotzt. Du, Ma. Du bist ein Ring. Giiiii, läuft's gut. Giiiii, läuft's gut. Giiiii, läuft's gut. Die Vietnams Headbreak hört nicht auf. Bleim's gut. und er ruft sofort an. Ich rufe jetzt sofort an. Wenn jetzt vorne ein Tipps und Kriegsverdarmtipps hier der armen Beine verloren hat, nichts gesehen und kann nur noch hören kann, ok? Und dann hört er so wie sein Blut ungliedriger wird und der ist angeschlossen und dann geht es dann wieder an. Ich muss weg! Löse deine Wegpfotzen von mir! Verheirgo! 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 Scheiße, man. Ich muss den Snow wieder hochlassen. Ich habe spezielle Eist. Das geht wieder. Ich hoffe, ich werde dich mit dir beinhalten. Vorzehme. 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 Jetzt musst du dir ein O2-Handy kaufen und verdragen. Das fällt mir gerade wieder an, wo diese Aufnahmen. Wovon geladen werden? Weißt du, mein Vater Mutter? Du bist so unterirdisch. Boah, mein Scheiß, du kriegst dir die Fortschreite. Das ist mein Mädchen, der Stage ist, du. Ich hab mich mit meinem Dressen, nicht mehr. Da sind zwei Flugzeuge hier ab. Ich sag nur so. Die ganze Zeit zieht es ab. Was ist das Sägeflugzeug? Was ist das mit dem Start? Das ist doch so viel, oder? Das Sägeflugzeug und das nicht Sägeflugzeug zieht das Sägeflugzeug am Start. Aber was ist das, wenn das nicht irgendwo verheddert? Das ist nicht irgendwo verheddert. Das ist nicht irgendwo verheddert. Ja, aber ich mein wegen der Piese und so. Das ist nicht irgendwo verheddert, sondern... Was ist das, wenn die laufen, die machen dann so so viele Klammern, oder? Die trennen sich in der Luft. Weil sie, weil die rum sind, trennen sich die Flugzeuge. Was ist das für eine Scheiße? Das ist ein Sägeflugzeug. Wie soll es sonst hochkommen? Und es korrumpiert sowas. Als ein Sägeflugzeug jetzt. Aber das ist doch... Das ist doch... Oh my God, it's so much more. Das ist echt scheiße. Na gut, du bist ja auch mit der Startbahn für Sägeflugzeuge. Wir haben letztes Jahr einen Sägeflugzeug starten. Und das, ja ich fand es gerne nur Flugzeugeflugzeuge. Das ist ja auch mit der Hände. Das ist ja auch mit der Hände. Das ist ja auch mit der Hände. Oh my God, das war ein Kaffeeflugzeug. Das ist ja so viel zu. Danke. Du hast gesagt, du hast nicht gemacht. Oh die. Oh die. Warum sind da nicht vier Äpfel? Warum sind da nicht vier Äpfel drin? Das ist ja auch mit der Hände. Das ist ja auch mit der Hände. Was hast du Angst? Das ist gut. Ich bin Angst, dass das Leben ist gut. Grey. What? Grey and Grey. When? Das ist ja auch mit der Hände. Das ist ja auch mit der Hände. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich hab' zu gehen zurück zu Seattle. Er verheimlicht da wieder was? Oh, sweet. Sweet horrible. Oh mein Gott. Das ging ja mit dem Zauber. Ja, der muss sich immer beschissen dazu. Der wird, der pisst sich an den Fremdmann. Hehehehe. Er verschwesst sich hin. Oh, ja, ey. Stell dir vor, du hättest wirklich 15 Euro oder sowas gezahlt, um ihn zu sehen. Stell dir das mal vor, Mann. Du willst mich jetzt rechts rausnehmen, den zu probieren? Hehehe. Nee, nee, ja, ich mein' im Kino. Boah, wie scheiße muss das Buch sein? Hehehehe. Hehehehe. Ah, ja, okay, Arbeiter. Ja, man muss dazu sagen, mich und Film unterscheiden sich stark. Kann sein, dass das Buch noch 10 Jahre lang geschissen ist. Oder vielleicht sogar ist. Nee, ich glaub' nicht mehr. How does he seem today, Taylor? Pre-Archipeline. Er erinnert mich an Borno-Story. Really? Yes, man. Und diese Kupferin abgemacht. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Dann erzähl sie, dass sie keine 24 Stunden haben. Das wird nicht akzeptabel. Das wird nicht akzeptabel. Ich muss wissen. Ich muss wissen. Ich muss mich einfach sagen. Bitch. Hofer gehen. Hofer gehen. Hofer gehen. Aaaaahhhhhh. Are you okay? Nothing that concerns you. I can't leave. Ich kann furzen. Ich kann furzen, aber ich kann nicht furzen. Ich kann nicht furzen, aber... Warum hast du diesen Scheiße eigentlich? Weil meine Augen gehören ins Zimmer liegt. Was soll die Scheiße? Zusammenknüllen, wegschmeißen. Schau dir das doch an. Ich bin fast spannend. Ich kann nicht so weiter. Nein. Ein Film. Ich weiß. Ich hab' einen Film. Ein Film. Ähm. Also. Wie aus. Wie? Wie aus. 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 Und dann gibt es auch so was hin, wenn du zu einem und der zu downloadern, dann System of the Hounds und so, ja, was ist dann? Ich mach den Fisch. Ciao, Spiel, jetzt wird uns irgendwas Romantisches, ja, es wird so erniedrigt, so in deinem Kopf. Ich will den Film gar nicht sehen. Scheiß nicht. Wir gehen sowieso nichts mehr. Ich reinge ein. Ciao, schau, behindert, schau, behindert. Schau, 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 schau. Die ist so dumm, die ist so dumm, die ist so dumm, die ist so dumm. Sie hat es geschafft, so einzuwerden. Warum. 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 Ich will die Schülte fuck ab. Die Schülte fuck ab! Das hat es die Bässe gemacht, das ist die Bässe gemacht! So��ß. Au! Au! Ich will Instagram... Tust du mit runter und hoch? Vorsprich? Ah, Gesundheit! Warte, wo ist das ausziehen? Jetzt sieht sie aus, sie hat sich angezogen. Ich hab so geschmackt, dass Kohle und Bier ist voll hekel. Das sieht so aus. Ich glaube, das ist der Film. Eigentlich so. Ausziehen. Was wollt ihr sagen? Ich will, dass es mich an sich lässt. Das ist eine ganz große Sauber, Sowie. Ich konnte schon die Tränen. Ich will, dass du mich an dich lässt. Du hast es auch schon so gesehen, oder? Du bist so nervös. Siehst du behindert? Du bist so nervös. Herrwee. 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 Herrwee, Herrwee. Siehst du es zuい? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich denke mir die ganze Zeit du springst zurück. Willkommen, sag mal, in der Film rein. Es kommt auf Wichtiges mit. Oh, ihr seht, ja. Ich kann beide besiegen, mein Vorhaben. Geile Fünfte. Ne, oder vielleicht doch einfach so. Das ist noch schwule Scheißmusik. Jetzt wird noch ein bisschen Scheiße brauchen. Wie machst du das immer mit dem Schiff? Warte mal, ihr braucht mal VLC dafür. Ich weiß, dass man VLC dafür braucht. Was? Das geht doch. Ja, mit VLC ist leichter. Was ist denn das Handling? Mann, der wird zwar... Was ist denn das Handling? Wie machst du das mit dem schneller langsamen Schiff, oder? Und hoch runter? Was ist denn das Handling? Was ist denn das Handling? Was ist denn das Handling? Nochmal? Ich weiß gar nicht, was ist das Handling. Das ist ein Handling. Ich weiß gar nicht was. Es istcht. Und natürlich weiß ich zusammen. Malpert mir mein Schiff, das nicht der обычно… Und wann kommt der? Und wann hat der gefragt? Oh, das ist lang her. Das ist nicht hier jetzt gerade. Was? Oh, oh, scheiße. Stimmt, ich hab 27 gelesen. Wir gehen jetzt los. Ja, mach ihn. Ich lege mir später. Ich gehe jetzt los. Also, mach ihn ab, ey. Was habt ihr denn für einen Gefallen? Ich hätte zu früh kommen. Ja, irgendwas, irgendwas Wichtiges zu tun. Ich muss pissen. Ich hab meine Mucke drauf, dann gib mir das. Das ist ein Problem, ey. Das ist ein so gut Problem. Ich hab's dafür damit verpasst. Ich hab noch die Flachstabrikgeschichte in den ... Und ich hab's vielleicht zumindest gh- Soweit davon drauf. Ich hab's nicht angeschraben. Mach mal, wenn du dich auf. Willst du das? Dann hab's auch nicht angeschraben. Ich war meine Mama und das war's, okay? Bist du mal nur, du darfst dich nicht am 40 Was ist denn Counter Strike? Counter Strike Counter Strike Hey, mach ich noch, stopp Mach 3 und 4 und Das ist nur noch Kilo Okay, nach 17 Minuten